Als kirchliche Trauung wird die Schließung einer Ehe nach dem vorgeschriebenen Retus einer Kirche bezeichnet. Sie findet in aller Regel vor einem geistlichen statt. In einigen Ländern kann die bürgerliche Eheschließung mit der kirchlichen Feier zusammenfallen. Im deutschen Sprachraum wird sie aber normalerweise getrennt davon in einem separaten Akt vor dem Repräsentanten der weltlichen Gemeinde vollzogen. Und zwar in der Regel bereits vor der kirchlichen Trauung. Nach römisch-katholischem Verständnis begründet die kirchliche Trauung die kirchenrechtliche Anerkennung bzw. Gültigkeit des Ehebundes, den sich die Brautleute als Sakrament spenden. Kern der Trauung ist daher die Kundgebung des Ehekonsenses durch die Eheleute vor dem Traugeistlichen und den Trauzeugen. Eine öffentliche Bekanntmachung muss vorausgegangen sein, die Ehe ist im Kirchenbuch zu registrieren. Das von den Eheleuten gestiftete sakramentale Eheband ist nach katholischer Lehre zu Lebzeiten unauflöslich. Eheannullierung ist bei Vorliegen der Voraussetzungen möglich. Nach dem in den evangelischen Kirchen im deutschen Sprachraum vorherrschenden Verständnis wird im Traugottesdienst dagegen lediglich das bereits abgegebene Versprechen vor Gott noch einmal wiederholt und eine vor dem Standes Beamten gültig geschlossene Ehe gesegnet. In Ländern, in denen die kirchliche Eheschließung staatlicherseits anerkannt wird und keine separate standesamtliche Trauung notwendig ist. Betrachten aber auch die evangelischen Kirchen die kirchliche Trauung als konstitutiv für die Begründung der Ehe. Einen sakramentalen Charakter besitzt die Ehe nach allgemeiner protestantischer Auffassung nicht. Daher ist auch die Scheidung einer kirchlich gesegneten oder geschlossenen Ehe grundsätzlich möglich. Gemeinsamkeiten Die kirchliche Trauung gehört zu den Kassuellen, den kirchlichen Amtshandlungen aus besonderem Anlass. Als solche wird sie in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und bestimmten anderen Ländern staatlicherseits als rechtlich unbeachtlich angesehen und nur kirchenrechtlich anerkannt. In solchen Ländern muss das Paar im Normalfall vor der kirchlichen Eheschließung schon standesamtlich getraut sein. Dies ist beispielsweise in Österreich bis heute notwendig und war auch in Deutschland bis zu der zum 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Reform des Personenstandsgesetzes zwingend vorgeschrieben. Von den Kirchen selbst wird es auch seit der Reform in Deutschland im Regelfall verlangt. In Schweden, dem Vereinigten Königreich, Irland, Spanien, Polen, Italien sowie Ländern mit Staatskirchen entfaltet die kirchliche Trauung dagegen auch zivilrechtliche Wirkungen oder kann bei der Personenstandsbehörde angezeigt und anerkannt werden. Die christliche Trauung ist an den Ritus bzw. die Gottesdienstordnung der jeweiligen Kirche gebunden. Häufig wird den Brautleuten aber die Möglichkeit geboten, den Gottesdienst im zulässigen Rahmen nach ihren Vorstellungen mitzugestalten. In den evangelischen Freikirchen ist das die Regel. Die christliche Trauung findet nahezu ausschließlich in der Kirche statt. Es gibt nur wenige Ausnahmen, in denen ein anderer Ort genehmigt wird. Heiratet man nicht in seiner eigenen Gemeinde, benötigt man die Zustimmung des zuständigen Pfarrers, der ein Demissoriale erteilen muss. In den Freikirchen ist bei einer Auswärtshochzeit keine Zustimmung des eigenen Pfarrers nötig. Grundsätzlich setzt die kirchliche Trauung voraus, dass beide Eheleute einer Konfession angehören und mindestens ein Partner Mitglied der jeweiligen Kirche ist. Bei Partnern unterschiedlicher Konfessionen überlassen die großen Kirchen den Pfarrern bzw. Kirchengemeindeleitungen vor Ort die Entscheidung, ob das Paar dennoch getraut werden kann. In manchen Fällen ist insbesondere in der römisch-katholischen Kirche zusätzlich eine Genehmigung des Ortsbischofs einzuholen. Die kirchliche Trauung steht in den meisten Kirchen nur verschieden geschlechtlichen Paaren offen. In einigen protestantischen Kirchen gibt es eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Als erste europäische Territorialkirche ermöglicht die evangelisch-lutherische Kirche Schwedens homosexuellen Paaren seit dem 1. November 2009 eine regelrechte kirchliche Heirat. Ab 2012 hat auch die dänische Kirche gleichgeschlechtlichen Paaren eine kirchliche Trauung ermöglicht. Seit November 2015 hat die norwegische Kirche die kirchliche Trauung gleichgeschlechtlicher Paare erlaubt. In Nordamerika haben die United Church of Canada, die United Church of Christ, die Metropolitan Community Church, die Presbyterian Church und die anglikanische Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika kirchliche Trauungen für gleichgeschlechtliche Paare ermöglicht. Im August 2013 erfolgte die erste kirchliche Trauung eines gleichgeschlechtlichen Paares in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Im Januar 2016 beschloss die Synode der evangelischen Kirche im Rheinland und am 9. April 2016 die Synode der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Künftig kirchliche Trauungen homosexueller Paare zu ermöglichen. Pfarrer könnten die Trauung schwuler und lesbischer Lebenspartner allerdings aus Gewissensgründen ablehnen. Auch Kirchengemeinden, die sich bereits gegen die bisher mögliche gottesdienstliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Paare ausgesprochen hatten, könnten die Trauung in ihrer Gemeinde verweigern. Römisch-katholische Kirche Die römisch-katholische Lehre kennt grundsätzlich zwei Formen der Ehe. Die sakramentale und die natürliche. Die Eheschließung zwischen Christen ist nach katholischer Auffassung stets ein Sakrament. Der Ehebund wird abgesehen von Sonderfällen im Rahmen einer liturgischen Feier öffentlich bekundet. Das Ehesakrament spenden sich nach katholischer Lehre die Brautleute gegenseitig. Die Erfüllung der Formnommen in der Feier der Trauung ist die Voraussetzung für die kirchenrechtliche Anerkennung der Gültigkeit der Ehe. Sie findet in der Regel innerhalb der sogenannten Brautmesse statt. Auch ein Wortgottesdienst genügt der Form. Zur Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe kennt die Kirche die Einrichtung der Ehepastoral, die beispielsweise Ehevorbereitungskurse oder andere Formen der seelsorglichen Betreuung vor und nach der Eheschließung umfasst. Damit eine Trauung gefeiert werden kann, muss das Brautpaar zunächst mit einem Priester Kontakt aufnehmen. Erste dies nicht der Pfarrer der Pfarrei am Wohnsitz, so muss eine Kirche gefunden werden, in der die Brautmesse gefeiert werden kann. Der Wohnortpfarrer erstellt dann eine Trauüberweisung an den trauenden Priester. Das Brautpaar muss Taufbescheinigungen der beiden Pfarreien vorlegen, in denen die Brautleute getauft wurden. Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als sechs Monate sein. In Deutschland muss vor der kirchlichen Hochzeit eine standesamtliche Eheschließungsbescheinigung vorgelegt werden, soweit nicht, wie seit 1. Januar 2009 möglich ausnahmsweise eine rein kirchliche Trauung beim bischöflichen Ordinariat beantragt wird. Vor der Trauung ist ein Ehevorbereitungsgespräch vorgeschrieben. Dessen Ergebnis wird im Ehevorbereitungsprotokoll dokumentiert. Das Protokoll endet mit den Unterschriften der Trauzeugen und der Registrierung der Trauung. In den Anmerkungen des Eheprotokolls ist die Lehre der katholischen Kirche über die Ehe wiedergegeben. Die Ehe kann auch ohne Priester oder Diakon vor nur zwei Zeugen gültig geschlossen werden. Wenn für längere Zeit ein zuständiger Priester nicht zu erreichen ist, dem zuständigen Pfarrer ist die so geschlossene Ehe zu melden. Auch können nach Ken 1112 CIA Zehleien zur Eheschließungsassistenz delegiert werden. In der römisch-katholischen Kirche ist für ihn mit einem orthodoxen Partner oder mit einem Nichtchristen zusätzlich eine Genehmigung des zuständigen Bischofs vorgeschrieben. Will ein Katholik einen nicht-katholischen Partner nicht im Rahmen einer katholischen Trauungsfeier heiraten, sondern im Ritus einer anderen Konfession oder etwa bei der Eheschließung mit einem Nichtchristen nur standesamtlich. So muss er über den Ortspfarrer beim Bischof eine besondere Genehmigung einholen. Die Ehe zwischen zwei getauften Christen gehört nach römisch-katholischer Lehre zu den sieben Sakramenten. Als solches gezählt wird die Ehe seit dem Zweiten Laterankonzil, diese Lehre wurde auf der Synode von Verona und bei weiteren Gelegenheiten ausdrücklich lehramtlich bestätigt und schließlich 1547 durch das Konzil von Trien gegen die Reformatoren feierlich dogmatisiert. Anders als im Verständnis der orthodoxen und ostkirchlichen Theologie wird die sakramentale Ehe dabei nicht durch den trauenden Priester gestiftet. Vielmehr spenden sich die Ehepartner nach lateinischer Auffassung gegenseitig das Ehesakrament. Die deutschen Bischöfe definieren die sakramentale Ehe als die ehrliche Gemeinschaft eines Mannes und einer Frau, die durch Glauben und Taufe am Leben Christi teilhaben und in die Kirche eingegliedert sind. Als wesentliche Eigenschaften der Ehe werden die Einheit und die Unauflöslichkeit gesehen. Eine kirchliche Eheschließung ist nur gültig, wenn die Partner keinem Ehehindernis unterliegen. Keine Ungültigkeitsgründe wie zum Beispiel Konsensmängel oder Willensmängel vorliegen und die kirchlichen Formvorschriften eingehalten werden. Die Formpflicht verlangt, dass der trauungsberechtigte Geistliche im Beisein von zwei Zeugen den Ehekonsens erfragt. Im Fall einer gemischt-konfessionellen Verbindung kann mit einer Sondererlaubnis von der Einhaltung der kirchlichen Eheschließungsform befreit werden. Die bürgerliche Eheschließung unter Beteiligung eines Katholiken wird kirchlicherseits nicht als Begründung einer wirklichen Ehe, sondern als bloßer bürokratischer Akt ohne religiöse Bedeutung angesehen. Die Zivilehe zwischen zwei getauften Christen, die nicht der katholischen Kirche angehören, wird dagegen als sakramental betrachtet, ist also prinzipiell unauflöslich. Das liegt daran, dass nicht Katholiken nach dem 1983 in Kraft getretenen Kodex Iuris Canonici, dem die Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils zugrunde liegt, nicht dem katholischen Kirchenrecht und damit auch nicht der Formpflicht unterliegen, so dass ihre Eheschließung nicht aufgrund der Nicht-Einhaltung der katholischen Eheschließungsform für ungültig erklärt werden kann, weil diese Form für sie gar nicht verpflichtend ist. Nach früherem katholischen Kirchenrecht galten dagegen prinzipiell alle Christgläubigen als dem päpstlichen kanonischen Recht unterworfen, so dass außerhalb der römisch-katholischen Kirche geschlossene Ehen früher grundsätzlich nicht als sakramental galten. Zu beachten ist hierbei, dass die konstitutive Formpflicht erst durch das Tridentinische Konzil 24. Session, mit dem Dekret damit sie verbindlich vorgeschrieben wurde, denn bis ins 16. Jahrhundert galten auch heimlich bzw. informell geschlossene Ehen nach lateinischem Kirchenrecht als bindend geschlossen. Neben dem Eheversprechen als Ausdruck des Ehewillens ist nach katholischem Verständnis für das endgültige Zustandekommen einer sakramentalen Ehe, auch der körperliche Vollzug erforderlich. Die gültig geschlossene Ehe wird erst durch den sexuellen Akt vollzogen und damit unauflösbar, vorher hat sie zwar bereits sakramentalen Charakter, doch ist eine Auflösung durch päpstlichen Hoheitsakt noch möglich. Diese, nach verbreiteter Annahme auf germanischen Rechtsbräuchen beruhende Regelung setzte sich mit der von Anselm von Laon ausgehend entwickelten, zweistufigen Ehelehre des Kanonisten Grächen, der zwischen einer begonnenen und einer durch kopulativen Vollzug beschlossenen Eheunterschied gegen die von anderen Theologen und Päpsten noch bis ins 13. Jahrhundert hinein vertretene Lehre durch. Die Ehe komme allein durch die Zustimmung der Eheleute gültig zustande. Hintergrund des zweistufigen Ehemodels, dass die tatsächliche Übergabe der Braut durch den Vater an den Garten als Ehe begründendes Element in den Vordergrund stellt, ist möglicherweise der Umstand, dass im 12. Jahrhundert zwischen Eheversprechen und Heimführung der Braut häufig lange Zeitspannen lagen. Die moderne Anschauung geht im Wesentlichen auf den Juristen und späteren Papst Rolando Bandinelli zurück, der insbesondere der Auffassung zum Durchbruch verhalf, wonach auch die nicht vollzogene Ehe einen zwar nur unvollkommen, aber dennoch bereits sakramentalen Ehecharakter besitzt und daher nur vom Papst und nicht von den Eheleuten selbst aufgelöst werden kann. Aus diesem Grund ist auch die sogenannte Josefsehe, bei der die Partner bewusst auf den sexuellen Vollzug ihrer Ehe verzichten. Aus katholischer Sicht eine in vollem Sinne sakramentale Verbindung. Eheleute, die in einer gültig geschlossenen und vollzogenen sakramentalen Ehe miteinander verbunden sind, können sich zwar wieder trennen. Eine regelrechte Scheidung ist aber nach kirchlichem Verständnis nicht möglich. Eine kirchliche Wiederverheiratung bürgerlich geschiedener ist demzufolge grundsätzlich ausgeschlossen. Ein zweites Mal kirchlich heiraten kann nur der, dessen frühere Ehe nicht mehr besteht oder von Anfang an ungültig war. Neue Eheschließungen nach dem Tod der jeweiligen Partner sind in beliebiger Zahl zulässig, solange kein Ehehindernis besteht. Falls die von der römisch-katholischen Kirche als elementar angesehenen Ehevoraussetzungen zum Zeitpunkt der Eheschließung nicht gegeben waren, ist es möglich, die Ungültigkeit der Ehe von einem kirchlichen Gericht feststellen zu lassen. Mit der Annullierung erkennt die Kirche an, dass die Verbindung, die in diesem Fall putativ her genannt wird, aufgrund der fehlenden Voraussetzungen von Anfang an ungültig war. Die bürgerliche Trauung ist in vielen Ländern, bis Ende 2008 auch in Deutschland, Voraussetzung für eine kirchliche Eheschließung. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine innere Voraussetzung nach kirchlichem Recht. Vielmehr wird dem Staat kirchlicherseits lediglich eine Zuständigkeit für die bürgerlichen Rechtsfolgen des Ehevertrags sowie das Recht zugestanden, bei Streitigkeiten darüber in einem zivilrechtlichen Verfahren zu entscheiden. Soweit staatliche Gesetzgebung und Rechtsprechung in die von der Kirche beanspruchten Zuständigkeiten eingreifen, werden sie von der Kirche nicht anerkannt. Wie schon in früheren Epochen ist mittlerweile auch in Deutschland wieder eine Eheschließung möglich, die ausschließlich kirchlich, jedoch nicht öffentlich oder bürgerlich vollzogen wird und dementsprechend auch keine bürgerlichen Rechtsfolgen hat. Diese in Kirchenkreisen als gewissen Sehe bezeichnete Sonderform ist kirchenrechtlich eine vollgültige, sakramentale Ehe. Für die Durchführung einer kirchlichen Trauung ohne vorausgegangene bürgerliche Eheschließung benötigt man eine Dispense vom Ortsbischof, die nur in begründeten Ausnahmefällen erteilt wird. Jede staatlich und möglicherweise auch kirchlich geschlossene Ehe zwischen einer getauften und einer ungetauften Person bzw. zwischen zwei ungetauften Personen wird nicht als eine sakramentale, sondern als natürliche Ehe angesehen. Eine gültig geschlossene, nicht sakramentale Ehe ist nach dem Kirchenrecht unter bestimmten Bedingungen unter Inanspruchnahme des petrinischen Privilegs zugunsten des Glaubens durch päpstlichen Hoheitsakt auflösbar. Eine zwischen ungetauften geschlossene Ehe kann unter bestimmten Voraussetzungen auch aufgrund des paulinischen Privilegs aufgelöst werden. Wenn einer der Partner sich taufen lässt und der andere die friedliche Fortsetzung der Ehe unter diesen Umständen verweigert. Römisch-katholisches Eherecht Hauptartikel Eherecht In der römisch-katholischen Kirche ist das Eherecht in einem eigenen Titel des Codex Iuris Canonici geregelt. Nach katholischem Verständnis ist die wie oben beschrieben wirksam geschlossene Ehe unter Getauften als Sakrament aufzufassen. Sie kommt durch den Konsens der Partner zustande, also den Willensakt. Durch den Mann und Frau sich in einem unwiderruflichen Bund gegenseitig schenken und annehmen, um eine Ehe zu gründen. Die gültige und vollzogene Ehe kann durch keine menschliche Gewalt und aus keinem Grunde außer durch den Tod aufgelöst werden. Katholiken sollen gefirmt sein und vor der Eheschließung möglichst das Bußsakrament und die Kommunion empfangen. Gemäß Kahn 1059 richtet sich die Ehe von Katholiken, auch wenn nur ein Partner katholisch ist, nicht allein nach dem göttlichen, sondern auch nach dem kirchlichen Recht. Unbeschadet der Zuständigkeit der weltlichen Gewalt hinsichtlich der rein bürgerlichen Wirkungen dieser Ehe. Im Einzelnen sind vor allem folgende Vorschriften von Bedeutung. Der Mann muss mindestens das 16., die Frau das 14. Lebensjahr vollendet haben, wobei die Bischofskonferenz ein höheres Mindestalter festsetzen kann. Es darf keine dauernde Unfähigkeit zum Beischlaf, sei sie auf Seiten des Mannes oder der Frau. Sei sie absolut oder relativ vorliegen, Unfruchtbarkeit allein schadet dagegen nicht. Keiner der Eheschließenden darf bereits wirksam verheiratet sein, auf den Vollzug der bestehenden Ehe kommt es dabei nicht an. Es darf nicht ein Partner katholisch, der andere aber ungetauft sein. Eine Dispens ist hier unter besonderen Voraussetzungen möglich. Der Mann darf nicht das Weihe-Sakrament empfangen haben und weder Mann noch Frau dürfen durch ein kirchenrechtlich gültiges Gelübde der Ehelosigkeit gebunden sein. Die Frau darf nicht zur Eheschließung entführt worden sein und es darf nicht im Hinblick auf die Eheschließung eine Person getötet worden sein. Die Eheschließenden dürfen nicht in gerader Linie blutsverwandt sein und auch in der Seitenlinie darf keine Blutsverwandtschaft bis einschließlich. Zum vierten Grad vorliegen ebenso wenig dürfen sie verschwägert sein. Vom Hindernis der Blutsverwandtschaft in gerader Linie und im zweiten Grad der Seitenlinie gibt es auch keinen Dispens. Auch Mischeeen zwischen Katholiken und Getauften, die nicht der katholischen Kirche angehören, sind ohne ausdrückliche Erlaubnis verboten. Nach Cain, 1078 kann der Ortsordinarius von allen Hindernissen kirchlichen Rechts dispensieren, ausgenommen sind aber diejenigen Hindernisse, deren Dispens dem apostolischen Stuhl, also dem Papst, vorbehalten ist. Dazu gehören die Weihe, das öffentliche, feierliche Gelübde der Ehelosigkeit und der Gartenmord. Nach katholischem Verständnis ist die Erfüllung der Formnummer im Rahmen des kanonischen Trauungsaktes die Voraussetzung für die Anerkennung und damit kirchenrechtlichen Wirksamkeit der Eheschließung. Die eigentliche Eheschließung ist das Ehesakrament, das sich die Brautleute selber spenden im Willensakt, lebenslang ihre Ehe zu führen. Wegen dieser vertraglichen Einigung in einer Konsensähe werden Mindestanforderungen an die Verständnisfähigkeit der Eheschließenden gefordert. Konkret ist nach Cannes 1096 erforderlich, dass die Eheschließenden zumindest nicht in Unkenntnis darüber sind, dass die Ehe eine zwischen einem Mann und einer Frau auf Dauer angelegte Gemeinschaft ist darauf hingeordnet, durch geschlechtliches Zusammenwirken Nachkommenschaft zu zeugen. Eine Verständigung der Brautleute vor der Trauung, die ersten Jahre als Probezeit zu verstehen oder sich auf eine bestimmte Kinderzahl festlegt, führt grundsätzlich zur Ungültigkeit der Ehe. Sofern auch nur ein Partner katholisch ist, finden besondere Formvorschriften Anwendung. Die Partner müssen gleichzeitig anwesend sein und vor dem Ortsordinarius oder einem beauftragten Priester oder Diakon und mehreren Zeugen den Konsens erklären. Die standesamtliche Eheschließung, bei der auch nur ein Katholik beteiligt ist, ist also nach katholischem Kirchenrecht formnichtig. Nach weltlicher Scheidung ist deshalb kirchliche Eheschließung möglich, eine Ehe bestand ja zuvor gar nicht. Für die Ehezweier nicht-Katholiken gelten die genannten Formvorschriften dagegen nicht. Heiraten also beispielsweise zwei evangelische Christen oder zwei Atheisten standesamtlich. So ist deren Ehe nach katholischem Kirchenrecht wirksam und unauflöslich. Nach weltlicher Scheidung ist daher eine kirchliche Trauung mit einem katholischen Partner nicht mehr möglich. Für die Wirkung der Eheschließung ist zu unterscheiden. Neben der ungültigen und der gültigen Eheschließung kennt das katholische Kirchenrecht auch die gültige und vollzogene Ehe, nämlich dann, wenn die Ehegatten auf menschliche Weise miteinander einen ehelichen Akt vollzogen haben, der aus sich heraus zur Zeugung von Nachkommenschaft geeignet ist, auf den die Ehe ihrer Natur nach hingeordnet ist und durch den die Ehegatten ein Fleisch werden, was bei Zusammenwohnen nach der Eheschließung vermutet wird. Die gültige Ehe ist unauflösbar. Wenn sie vollzogen ist, andernfalls kann sie immerhin durch Gnadenakt aus einem gerechten Grund aufbitten beider Partner oder eines Partners. Selbst wenn der andere dem widerstrebt, vom Papst aufgelöst werden. Kähn. Dieses gerichtliche Nichtvollzugsverfahren ist in den Kähn 1697 FF geregelt. Daneben kommt die Trennung bei bleibendem Eheband in Betracht Kähn 1151 FF. Ungültige Eheschließungen können gegebenenfalls im Wege der Gültigmachung Kähn 1156 FF geheilt werden. In einem speziellen kirchengerichtlichen Verfahren, dem Nichtigkeitsverfahren vor dem Offizial, kann aber auch die Nichtigkeit geltend gemacht werden. Gemäß den Ausführungen des Offiziellats in Osnabrück kann man zwei Arten der Ehenichtigkeitsgründe unterscheiden. Gründe, die den Ehewillen der Brautleute betreffen und Gründe, die sich auf ihre Ehefähigkeit beziehen. Zu den sogenannten Willensmängeln, die das Eheversprechen selbst berühren, werden die Ablehnung der Unauflöslichkeit der Ehe, der ehrlichen Treue oder der Vorbehalt gegen Kinder und die Ablehnung der Ehe selbst gezählt. Ehen, die unter Zwang, unter Vortäuschen falscher Umstände, wegen eines schwerwiegenden Irrtums oder unter einer Bedingung eingegangen werden, sind gleichfalls nicht gültig geschlossen. Ernste Schwächen in der Persönlichkeitsstruktur der Brautleute können auch die Nichtigkeit der Eheschließung zur Folge haben. Beide Partner müssen nämlich erkennen und kritisch prüfen können, worauf sie sich mit der Heirat des konkreten Partners einlassen. Und sie müssen in der Lage sein, die Ehe dauerhaft als eine Partnerschaft zu führen. Psychische Erkrankungen Abhängigkeiten von Drogen oder Alkohol sowie erhebliche Reifungsdefizite zur Zeit der Heirat können ursächlich für eine solche Unfähigkeit sein. Erste die Ungültigkeit der Ehe auf diese Weise festgestellt. Steht sie einer erneuten Eheschließung nicht mehr im Wege, das Ehenichtigkeitsverfahren ist daher in der Praxis von einiger Bedeutung. Steht sie eine Ehe auf die Ebene, das Ehe verpackt werden.